Durch die Existenz von KI-Sprachsystemen werden zukünftig bestimmte Lernziele wichtiger. Zum einen Medienkompetenz. Mit KI-Systemen kann man sehr leicht Fake News, Deep Fakes und so weiter produzieren, sodass wir zukünftig sehr genau hinschauen müssen, ob bestimmte Texte nicht mit KI-Systemen produziert worden sind. Außerdem werden Phishing-Mails nicht so leicht erkannt werden, beispielsweise aufgrund von Rechtschreibfehlern, weil diese perfekt formuliert sein werden. Darüber hinaus wird Critical Thinking immer wichtiger. KI-Sprachmodelle sind keine Wissensmodelle. Das heißt, die Texte, die sie produzieren, sind zwar sehr gut formuliert, enthalten aber oft inhaltliche Fehler. Es ist also ganz wichtig in der Lehre, gemeinsam mit den Studierenden, beim Verwenden von KI-Systemen zu diskutieren, wie man mit Texten umgeht, die inhaltliche Fehler enthalten können. Das heißt, Faktenchecks sind wichtig, man muss nach weiteren Quellen recherchieren, und so weiter. Außerdem werden technische Kompetenzen immer wichtiger. Ein scharfes Messer macht noch keinen guten Koch. Selbst wenn Studierende leistungsfähige KI-Sprachsysteme zur Verfügung haben, bedeutet es noch nicht, dass sie sie sinnvoll einsetzen können. Sie müssen lernen, gute Prompts einzugeben, das heißt gute Eingaben, die auch zu fachlich sinnvollen Ausgaben führen. Auch das müssen wir in unseren Lehrveranstaltungen zukünftig vermitteln.